hey und herzlich willkommen zu einem erneuten video hier auf diesem kanal heute mal aus einer etwas anderen location ich bin etwas spontan noch länger unterwegs und habe glück dass ich kamera und mikrofon dabei habe das bedeutet die qualität ist etwas anders wir spielen aber natürlich trotzdem etwas und zwar ihr seht das schon jetzt ist ein bisschen anders hier spielen wir eine runde was das kennt ihr ja zum glück alle aus dem ff das ist ganz witzig jetzt ihr seht hat so so sieht es dann aus und so zack zack ab gehen wir wieder zurück genau wir spielen eine runde was und müssen jetzt überlegen was schlägt google uns hier vor und das ganze ist natürlich wie immer dass wir jetzt überlegen müssen okay was könnten wir dann ungefähr eintragen das bedeutet ich würde tippen warum sind leute so doof schon mal falsch ich muss neu starten nevermind okay glück gehabt wer ermordete john f kennedy ja genau zack nicht okay vielleicht obwohl nicht richtig wäre eigentlich aber woher könnte noch sein wer ermordete wer würde mir jetzt noch einfallen der direkt so auf anhebe richtig wäre wer ermordete vielleicht nur jfk wow das ding hat sich verbessert siegfried versace sarah sharon tate laura palmer sarah rabin abraham lincoln oh damn it okay geschmack von 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 mango nee geschmack von wasser vielleicht was hat fünf mal wasser für ein geschmack aber ich was könnte man noch suchen ist die große frage was könnte man noch suchen geschmack von ich habe keine ahnung keine ahnung blut im mund freiheit eisen im mund safran trüffel kurkuma koriander seife im mund apfelkern okay wäre ich ohne spaß welchem leben nicht drauf gekommen woher kommen woher kommen woher kommen woher kommen woher kommen man könnte jetzt natürlich das ist eine thematik immer das gefragt woher kommen flüchtlinge her okay hätte man machen können ich weiß schon wieder nichts woher kommen ich habe keine ahnung woher kommen banane bettwanzen fruchtfliegen silberfische läuse hamburger maden lebensmittel motten takis motten und hämorrhoiden nice wählt nicht d a f d wählt nicht nicht das würde noch sein ergeben wählt nicht nicht ich will die ganze zeit übrigens so hoch in die kamera gucken das ist so komisch dass die außenweise hier so tief ist wählt nicht falsch falsch wählt nicht den falschen pool wählt nicht die falsche rutsche wählt nicht handy wählt nicht iphone telefon raus telefon okay hinterhältige ratte schlange entschuldigung aber das kenn ich zumindest so mann menschen machen schafft boshaftigkeit kollegen machen schafft rätsel machen menschen sprüche boshaftigkeit sechs buchstaben unfassbar okay warum muss man schlafen schlafen danke weinen warum muss man essen trinken miesen gän steuern nachzahlen pupsen sich im bus nicht anschnallen gän wenn jemand anderes gännt gez zahlen reis waschen und hunde steuer zahlen ich habe zu leicht gedacht ich habe zu leicht gedacht was macht man aus boah was macht man aus reis mais dammit was macht man aus ich weiß es wirklich nicht ich weiß wirklich nichts quitten gerste zuckerrühm weintraum arroniabeeren manngold roggen holunderbeeren schlähen aggebutten ich behaupte mal es ist fair dass ich nichts weiß lieber sterben als aufgeben oh dammit anpassen oder als sich anzupassen vielleicht als knie entleben als knie entleben zitat als kind ach du heiliger gott tattoo tattoo ursprung latein knie entleben als kaiserlich verderben als knie entleben ja okay wo spielt bayern münchen warte mal nee messi ja ronaldo neymar haa land alter mein computer will mich austricksen mbp nein ich das ist so unfair das ist so unfair habt ihr es gesehen habt ihr es gesehen ich hatte es richtig mein pc hat es von mbp auf mappe geändert oh man oh ich hätte noch einen punkt gehabt ich hätte benzemar noch gesagt das ist so unfair oh man das ist so gemein das ist richtig das ist jetzt richtig 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 gemein das ergebnis von ähm zweimal zwei das ergebnis von der bundestagswahl der landtags warte mal der wahl vielleicht einfach nur der wahl von mal geteilt blutschwein erfolg ist kein glück sondern nur das ergebnis von blutschweiß und tränen ach dammit plus let's dance wow englisch division addieren heißt multiplikation wahl ergebnisse in ja deutschland russland russland vielleicht wobei es nicht es ist nächstes jahr ok in den usa bayern hessen thüringen sachsen nordhausen goldstand sachsen anhalt ich habe schon wieder viel zu weit gedacht pille palle pulle pille palle ball köln 23 duisburg eis ball köln 24 alle pralle augsburg shop rezept getränk voll in die fresse als ob das nicht dran kommt als ob das nicht dran kommt kannst du mir doch nicht sagen voll in die ah ja voll in die ich kenn den sprach voll in die fresse voll in die fresse irgendwie sowas voll in die eier 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 hat man schon voll in die kolöten ich ach da ist es da ist es voll in die fresse voll in die fresse voll in die fresse das ist genau das das ist genau davon das ist beim tasern bei hangover als der hinterher nochmal voll in die fresse bekommt halt eben mann wollen die weichteile burn hatte ich eigentlich auch fresse sprüche eisengehen hose biene gebissen presse hose machen fresse englische warum ist meine frau so anstrengend das hört sie nicht nervig toll schön böse faul gemeint zu mir aggressiv böse zu mir komisch abweisend kalt zu mir wie schmecken quetschen wie schmecken die werden wahrscheinlich auch anders geschrieben aber egal wie schmecken popel wie schmecken verdorbene lebensmittel feigen kaktus feigen austern kichererbsen gewitten kapern artischocken maronen pastinaken datteln da war ich am anfang gar nicht schlecht mit dem gedanken wo ist die wo ist die ne okay ich dachte die vereinten nationen hätte ich gedacht europäische union hauptstadt hauptstadt deutschland wo ist die leber und schadstoffarmer fahrzeuge anzubringen natürlich arkitekniker 20 23 millionen von joko und klas niere zugspitze ich mag keine menschen männer frauen tiere kinder übernachtungen weil ich im schlaf hochzeiten aber scheidenlied menschensprüche menschen die überall suchen was sie stört hunde schokolade katzen keinen besuch in meiner wohnung also ich war gar nicht schlecht schmerzen am c schmerzen am bein am finger steißbein after after moine ganzen körper fußballen schienbein bauchnabel brustbein hinterkopf fußrücken ellenbogen auch mann hoch gestorben durch ähm ersticken verbrennen durch krebs rochen tampon kühe weltweit what the fuck ok warum gibt es keine anständigen antworten warum gibt es keine mehr also wirklich warum gibt es keine guten fragen keine keine hilfe apfel-marmelade akku-pads mehr sammler clips cd-creme burn-marmelade tt-sip magen-tarm-tropfen mehr extra kaugummis mehr zanella mehr pringles mehr bei edeka ich sag euch so wie es ist das kann ja so nicht angehen was war das für eine runde also wirklich was war das für eine runde ich hoffe natürlich euch hat es ein bisschen gefallen wenn ja dann schreibt es mir gerne in die kommentare das nächste video ist dann auch wieder mit besserer qualität ich hoffe euch hat es trotzdem wie immer ein wenig gefallen lasst es mich gerne in den kommentaren wissen und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten video machs gut ciao